Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Diesmal geht's, wie ihr es sicher schon aus dem Titel entnommen habt, um den Livestream, der morgen am 31.10.2013 voraussichtlich um 20 Uhr abends stattfinden wird, weil es dauert ein bisschen, um in Daisy Battle Royale, was ich spielen möchte, rein zu joinen. Und zwar, der Livestream, der Anlass dazu ist, dass wir erstmal 50 Daisy-Folgen gemacht haben und 50 Abonnenten haben. Also gleich mal zwei Fuffis. Und naja, was werden wir erstmal machen? Wie gesagt, wir werden zuerst mal, schätze ich, die Reihenfolge steht also auf jeden Fall noch nicht fest, lasst euch einfach überraschen, werden wir Battle Royale machen. Ein oder zwei Runden. Ich schätze, es wird eher eine draus, weil wir dann keine Lust haben, euch wegen den ganzen Jojen warten zu lassen. Und ja natürlich, morgen der große Tag Battlefield 4 erscheint, also werden wir gleich mal Battlefield 4 online spielen. Und naja, seid dabei. Ich kann jetzt noch ein bisschen dazu reden, weil ich habe Videomaterial im Hintergrund laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das läuft. Aber also, ihr könnt Battlefield sehen, wie sieht das Ganze aus. Wir werden sicherlich verschiedene Maps spielen. Hauptsächlich werden wir Eroberung spielen. Ich schätze, ich werde erstmal Sniper als Klasse austesten und dann mal weiter wechseln. Und in Battle Royale, naja, mal sehen wir, wie weit wir diesmal kommen. Ich versuche mit dem Triss, der spielt glaube ich als Einziger nur mit, so weit wie möglich zu kommen. Nicht so wie letztes Mal, was ich jetzt noch nicht hochgeladen habe. Da hat es Triss gleich am Anfang rausgehauen und ich habe es ziemlich bis zum Ende geschafft. Und naja, was noch? Wer spielt als Battlefield mit? Das wäre mein Bruder spielt Battlefield mit. Ich spiele Battlefield Spiel. Triss hat Battlefield viel. Leider noch nicht. Und naja, schaut mal einfach vorbei. Ungefähr ab 8 Uhr, vielleicht später, vielleicht früher. Schaut einfach um die Zeit rein. Okay, haut rein Leute. Na. .